Nach dem Segen der Rabbiner veränderte sich mein Leben grundlegend. Die zweifelhafte Abstammung meiner Mutter erforderte eine Konversion zum Judentum. Dieser tiefgreifende Prozess, in eine jüdische Gemeinschaft zu ziehen, alles neu zu lernen und die Konversion durchzuführen, benötigt viel Zeit, Mühe und erhebliche finanzielle Mittel. Obwohl ich nicht um Geld für die Kampagne bat, erhielt ich einen Segen für einen reibungslosen Konversionsprozess, Gesundheit und Parnassar. In einer einsamen Situation, 700 Meilen von der nächsten Gemeinde entfernt, ohne koschere Geschäfte in der Nähe, kam meine Spende etwa 80-fach zurück. Dies übertraf mein damaliges Gehalt bei weitem und hält bis heute an. Ich konnte jung mein erstes Haus in einer jüdischen Gemeinde kaufen und mich einer orthodoxen Schulgemeinschaft anschließen. Meine Karriere entwickelte sich erstaunlich und ich kann hier bleiben. Ein wahrer Segen. Hashem, dieses Jahr werde ich die Konversion abschließen, da alles so reibungslos verlief. Die Spendenkampagne ist wirklich die beste Investition, die Sie heute für diese und die nächste Welt treffen können. Es ist noch nicht zu spät, Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft zu werden und ihren Beitrag zu leisten. Shanatova, alle zusammen. Nach Rosh Hashanah bleibt wenig Zeit, um zu Hashem zu beten und unser Urteil an Yom Kippur zu versüßen. Die Weisen lehren. Wer ein längeres Leben und mehr Parnassar wünscht, sollte ein öffentlicher Wohltäter des jüdischen Volkes werden. Indem man Hashems Kindern hilft, gibt Hashem mehr Werkzeuge zum Helfen. Das Verdienst des jüdischen Volkes unterstützt dann diese Person. Je mehr sie am Yisrael helfen, desto mehr Leben und Geld gibt ihnen Hashem. Dies zeigen Wunderberichte unserer Spender. Krebsheilungen, Genesung einer schwangeren Frau in Lebensgefahr und finanzieller Erfolg. Eine Frau spendete 650 Dollar und erhielt zwei Wochen später 12.000 Dollar von Hashem. Diese Geschichten offenbaren die Kraft des Gebens und Hashems Segen für Großzügige. Eine Person steigerte ihren Unternehmensumsatz von Hunderttausenden auf 5 Millionen Dollar. Eine zuvor unfruchtbare Frau bekam Kinder. Solche Erfolgsgeschichten erreichen uns fortlaufend. Wir können nicht alle sofort veröffentlichen, werden es aber tun. Diese besonderen Segnungen erhielten Menschen, die großzügig an unsere Organisation spendeten, um am Yisrael zu unterstützen. Sie wurden öffentliche Wohltäter. Diese Feiertagssaison versorgen wir über 10.000 bedürftige Juden in Israel. Wir haben uns gestreckt, weil am Yisrael ein besseres Jahr braucht. Bitte schließen Sie sich an, spenden Sie großzügig und helfen Sie, am Yisrael zu unterstützen. So können wir gemeinsam mehr Wunder erleben und ein günstigeres Urteil im Himmel erfahren. Herzlichen Dank und Gemarrt Tschatima Tova.